Hallo mein Reader, in der Windfair Capi von ZEIME! Ich bin Ezra! Und im Hintergrund mein Bruder, manchmal, wenn er gerade da noch... Ne, gerade da noch das. Weiter geht's, ich habe gerade diese Teile angezündet, um herauszufinden, dass dahinter wahrscheinlich nichts ist. Oh hey, was ist das? Aber Magie, wohl nicht. Schubi-Dallies! Aber wisst ihr was? Ja, wir können dann gehen noch weiter, denn wir müssen schon wieder diesen Song hören. Ja, Pfeitelmusik auch noch. Ich mache dieses Let's Play so schlecht. Okay, ist kein Let's Play mehr. Ist einfach nur, ich spiele einen Spielpunkt. So. Ne, warte, es ist dein Let's Play. Verdammt! Halt verdammt schlecht. Ah, doof. Ich verstehe. Da, 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 von her. Ja, das ist so, diese Steinfiguren sind tatsächlich, weil das nicht so. So. So, Merti, du kommst. Äh, Merti! Komm mit! Ja, da, 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 da. kann ich das unterschieden, Abkürzung geschaffen, bla bla bla. Und er hat noch einen Scheiter gehört. Wer hätte das gedacht? Und da geht's! Und da geht's! Flama Star! Jos, ja, das ist so großartige Brot. Nein, du bist so großartig. Du bist so großartig. Du bist so großartig! Acht ins Liebe. Ich bin so großartig! hier bewegen und so und Gott sprach, es werde Licht Chuck Norris sagte, sagt bitte hey, weiter abgehakt Chuck Norris bis dahin ist auch schon drin, yes ja ungefähr mindestens Licht, der größte Feind von so lieben Statuen anscheinend und wenn oh Gott ja, ich ging da warum warum nicht ja because ne, also so wie es nicht über den Namen ein bisschen eng gesprochen nur schnell nicht, das hört keiner ne, 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 nur schnell wenn ich es möchte, ja nein nur schnell böse, genauso wie abfilmen, böse dann passt es ja dann passt es ja dann passt es ja was sagst du denn und so und so und so und so und so es könnte sein aber das ist ja normal, schaust du es kannst du ne Kompass sein aber oh my god das ist der Kompass oh my god 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 swing swing Wing! Holy! Steht ein Kompass! Warte auf! Danke, dass du es mir jetzt sagst, wo ich die Labyrinth-Karte und den Kompass hauge! Passiert, passiert, wenn's davor gewesen wäre? Hä? 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 Wenn ich sie davor verloren hätte? Hä? War hier im Arsch gewesen! Aber sowas von, oh halt! Au! Ey, Alter, brennst du! Oh mein Gott, jetzt gibt es aber schon Geister! 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 Nachher ein weiteres abhaken können. Geister, Geister, Weißbruch! Geister! 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 Oh ja, das ist super! Seine Augen drehen sich! Wißt du, was das einzige ist, was das hier macht? Es verdreht die Steuerung. Ist das nicht diabolisch? Wißt du, was das Problem ist? Ich konnte mir klar. Aber ist das ein anderes Problem? Das bringt mir überhaupt nichts. Ich muss sie einfach nur umbringen. Yay! Und tschüss! Yay, wir spielen schon wieder dasselbe Lied! Same old song and dance, oh wait, we don't dance! Was? Wieso? Nur... Wieso? Egal. Klopp. 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 Und falls die sich jetzt fragen, ja, ich kann meinen Finger nicht stillhalten. Hier. 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 Wie deine Schatztruhe. Wisst ihr was? Ja, das ist ein kleiner Schlüssel. Verdammt, ich hatte nicht recht! Ein... Herr Glücksamulett. Ja, der Anfang... gehört auch zum Titel. Ich bin der Tag. Ja. Wisst ihr was? Ich bin so nerdig, ich glaube ich weiß sogar, dass ich merklich hinter nichts brauche. Und ich hatte ja sowas von recht. Und hier gibt es nur ein paar Reelots Und ich trinkst für sie aus Wenn sie schreien, aber man springt Dann haben sie nur zum Treffen Ist das nicht ein toller Trick? Hey, Publikum, ist das nicht ein toller Trick? Nein! Ich muss das eigentlich gar nicht so laut sagen Das hat auch Gefühle Scheiße, auf deine Gefühle Scheiße, toll Irgendwo Abgefilmt Scheiße, 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 scheiße Häng nicht mit dem Windhaken an dir ran Häng nicht mit dem Windhaken an dir ran Soweit ich ihn habe, werde ich es machen Was, sie nicht? Nein The Frick Ich habe nur diesen Greifhaken hier The Frick Ich habe noch keinen Enterhaken The Frick Dem bekomme ich zufälligerweise Nein, keine Spoiler Später Du bekommst ihn noch, ne? Ja, ich bekomme ihn noch, Punkt Spoiler Mega Oh mein Gott, Spoiler In der Village in der Serie gibt es einen Enterhaken Demnächst erzählt es, wenn uns ein Boomer in den Spiegel Oh Gott Oh Gott Ja Pfeil und Bogen? Habe ich gerade ausgerüstet Bomben? Ja Flaschen? Drei Eeeh Evil Das ist unglaublich nicht, oder? Oh hey, warum ist es hier so dunkel? Wenn mir so erzählst, dass der hat ein Schwert und ein Schild, der sich rumschlägt, in... 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 Dann Einfach nur dann, ne? Genau Hey Was bist du? Ein Mann oder eine Maus Ha! Ha 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 Klack Klack Ja, und zwar noch noch nicht glatt Ja, 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 ja 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 Ja, ja Stirb Oh, verdammt Ja, ich weiß, es gibt ne bessere Taktik, ich werde sie benutzen, danke, da, da Wolltest du Taktik benutzen? Wolltest du Taktik benutzen? Bam Nein, ich will tic-tac benutzen, warum trage ich ihn nicht? Ja Das ist ein... Das ist ein... Ja, Taktik Ja, Taktik Hammer Time Reicht das? Hä? Hä? Internet, reicht das? Du filmst den Scheiß immer noch ab, das reicht also nicht Mal kurz Statt Mach er schon Weihreieeee Eine der Grundsachen, die es gibt Kämpfe gegen einen neuen Gegner Kämpfe danach dreimal gegen ihn Hä, ist ja nur 2 Warum haben die überhaupt 3 gezeigt Kurze Methode, Hammer Time, Bad. Au. Immer noch kurze Methode, Hammer Time, Bad. I'm so evil. Yay. Money, I need some money. Seriously, I do need money. Long. Yay, I'm probably the Shots of the Temple and I even know what it is. Ah, do you know what it is? Jetzt ist das Spiegel-Schild. Der Spiegel-Schild. Das Spiegel-Schild. Hm. Ja, könnte ich machen. Aber ich glaube, momentan habe ich nicht den Lauf dafür. So, jetzt haben wir den Schatz des Tempels und die Gegner sind respawned. Hooray. Derbt. Derbt. Alle. Einen grausamen Tod. Und so. Ist mir scheißegal, ob das jetzt, äh... nicht komforten oder so. Aber wisst ihr was? Wir haben eine zweite Methode gefunden, um diese Scheiße auch umzubringen. Äh... Wieso hart? Wer soll mir den Scheiß machen? Bäm. 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 Warum mich so schlecht anzutrücken? Geht doch. Wir können sie nämlich sichtbar machen. Und damit, sobald sie sichtbar sind, sind es echte Feiglinge. Aber wisst ihr was? Es ist viel einfacher und lustiger einfach sie in den Link reingehen zu lassen. Und so. Und dann muss ich den Scheiß machen. Hier. Äh, ne, 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 ne. Und jetzt halt. Der war die denn, und dann, und dann... Hau, das geht. Oh, mein, ich hab' ich dich nicht so ne, ich hab' ich... Du, 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 du... Das war's wieder mit dieser Folge von Wundwerker in die FANZEY! Ich bin Aser, mit meinem Bruder Adana im Instagram und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bye!